Bei mir steht hier Dr. Wolf, Mitglied des Bundesvorstandes der AfD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Herr Wolf, warum sind Sie heute in Berlin? Um für Demonstrationsfreiheit und gegen Geisel, Merkel und Co. auf die Straße zu gehen. Der Berliner Innensenator Geisel hat er probiert, die Demonstration zu verbieten, mit der Aussage, er möge die Meinung der Demonstranten nicht. Was sagen Sie denn auch als Jurist zu diesen Äußerungen? Es ist unglaublich. Also vor dem Hintergrund unseres Grundgesetzes ein Innensenator, der vom Rechtsstaat offenbar keine Ahnung hat, bei dem schlägt augenscheinlich seine SED-Vergangenheit durch. Und das ist blamabel bis zum Gehtnichtmehr. Herr Dr. Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß in Berlin. Gerne.